Heute Abend auf BlarkTV, das langersehnte Ereignis, die völlige Zerstörung eines ganzen Planeten. Erleben Sie die Macht, die Vernichtung und die darauffolgende Leere. Sehen Sie dem Vorsitzenden Drag zu, wenn er den Knopf drückt, der eine Welt zerstört und eine andere erschafft. Und danach gibt es die lustigsten Superheldenreinfälle der Galaxie mit Käpt'n Quark. Jetzt wissen wir, wo er ist. Schnappen wir ihn. Ja, Leute, ich weiß nicht. Ich bin hier ein paar Mal noch langgelaufen, habe mich dann aber immer wieder im Kreis bewegt. Irgendwas hatte ich falsch gemacht. Jedenfalls, jetzt bin ich hier. Ich dachte, kann doch nicht sein. Habe ich da irgendwo einen Knopf vergessen? Ja, und herzlich willkommen zurück zu Ratchet & Clank, wollte ich noch sagen. Hier war er dann leider wohl nicht. Verstehe jetzt gar nicht. Jetzt beim zweiten Mal nochmal die gleiche Runde. Habe ich so viel mal gefunden. Na, da muss ich natürlich schnell den Aufnahmeknopf drücken. Okay. Jetzt können wir natürlich zurück. Ja, jetzt haben wir auch alles. So. Dann. Moment mal, ich wollte eigentlich mal gucken. Fangen wir mal ganz oben an. So, hier haben wir alle. Hier haben wir alle. Bin Goldbulls, wollte ich jetzt nur gucken. Hier haben wir. 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 Ja, das ist die eine, wo ich da sagte, wo man mit der Isobombe da durch diesen schlauchartigen Ding da fliegen muss. Hier haben wir. Hier haben wir. Hier haben wir. Hier haben wir. Hier haben wir auch alle. Hier haben wir auch alle. Hier haben wir auch alle. Und hier müssen wir jetzt hin. Und hier gibt es drei. Mal sehen, ob wir die finden. Ich glaube, an einen kann ich mich, glaube ich, noch genauer erinnern. Wenn das der Planet jetzt ist. Ich weiß es nicht. Ich muss erst sehen. Aber ich denke schon. Ich glaube, das ist hier der letzte Planet. Ich weiß, hatte ich vor ein paar Planeten auch schon gesagt. Aber hier bin ich mir ziemlich sicher, dass er hier nochmal der letzte ist. Dass hier am Ende der Kampf kommt. Und falls ich mich doch wieder geirrt habe, dann entschuldige ich mich schon mal vorher. Kann ja mal passieren. So, was haben wir denn da? Frösche. So, hier war nichts weiter. Wir hatten ja auch mal die Stromklaue nutzen. Die ist, glaube ich, hier auch sehr... Nein. Lass mich doch mal weg hier. Hatten wir die mit eingepackt? Natürlich nicht. Gehen wir mal die Schnellauswahl. Nehmen wir mal die Stromkalle für... Ah, ja. Dafür. Am Moment, den brauchen wir hier auch nicht mehr, glaube ich. Wieso hat er jetzt da oben was rausgenommen? Packen wir die da rein. Und hier oben kommt jetzt... Ähm... Ich glaube, wir brauchen aber nachher nochmal den... Dietrich. Genau, so lassen wir es. Haben wir jetzt die Stromkalle eingepackt? Ja. Die macht sich hier ganz gut. Boah, die räumt voll ab. Und wenn der Kreis gedrückt haltet, macht er natürlich einen Langstrahl. Boah, die ist nicht schlecht. Deswegen ist sie wahrscheinlich auch so teuer. Die haben wir ja 30.000 für bezahlt. Ich wollte da eben nochmal gucken. Ne, ist aber schon korrekt. So. Ist fast wieder Flammenwürfer. Jetzt bleibt doch mal stehen. Ah, ja. Fliegende. Die sind nicht so gut. Aber ich mag natürlich viel lieber den Riga. Na gut, da unten waren jetzt noch zwei. Gibt es vielleicht für die Stromkralle noch was? Genau. Ach ja, da hinten waren ja auch Frösche. Und da ein Panzer. Mal eben hier draußen nochmal. Ah, es macht einfach Spaß, mit dem Teil hier komplett aufzuräumen. War hier noch eine Kröte gerade hinter mir. Wenn das überhaupt Kröten sind. Aber da die ja so rumhüpfen, denke ich mal. Oh, da wird auf uns geschossen. Oh. Alter. Bitteschön. Bitteschön. Lass das. So. Lebt da noch was? Ein Schiff. Nicht mal lange. So. Dreck, wir kommen. Oder Dreg, wir kommen. Ich habe gerade Dreck gesagt, ne. Ja. Dreg, meine ich natürlich. Hi, Frosch. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, ne. Hier kam glaube ich noch kein Goldbolt. Das kam erst noch. Ja, da vorne müssen wir auch schon das erste Mal. Auf diesem Planeten hier, den Dietrich benutzt. Ich glaube, das war hier gar nicht so einfach gewesen. Und ich mit meinem Talent. Der immer hier ewig braucht. Ähm. Zwei. Okay. Das würde ich mal so lassen. Das würde ich dann mal so lassen. Und... Und... Den hier. So. Na, es ging eigentlich. Oder weil ich einfach nur Glück hatte. Das kann natürlich auch sein. Stromkralle. Boah. Ist einfach nur geil, die Stromkralle. Oh, ja, ja, ja. Ah, ich sage jetzt nur nichts, weil ich hier wieder Angst habe, dass ich runterfalle. Oh. Hier brauchen wir den... Gehen wir mal da rüber kurz. Da können wir nochmal Munition aufladen. Ähm... Hallo, Fellknäuel. Einmal hier. Eine Schönheit. Ja, und die Stromkralle ist ja schon voll. Oh, nicht runterfallen. So. Ähm... Wir brauchen jetzt... Das Teil. Das können wir aber direkt austauschen gegen... Den anderen hier. So. Dann mal runter. So. Und schauen wir mal, was uns hier unerwartet. Oh, yeah. Oh, hier. Das ist die Stelle, da habe ich damals so was von offen. Verpackt. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Weil hier ist so viele. Ich glaube, jetzt kam auch irgendwann schon ein Goldbolt, aber hier war es, glaube ich, noch nicht. Nein! Ähm... Wo müssen wir mal wieder anfangen? Ist da wieder Wasser drin? Nein, das ist gut. Ja. Das weiß ich doch, liebe Frau. Ja, die Schuss hat man aber nicht wieder gekriegt. Aber alle Gegner sind wieder da. Wunderbar. Boah, die ist mal super vorsichtig. Das ist mal super. Ja, das ist mal super. Und hier ist es mal super. Das ist mal super. Ich bin jetzt mal super. die können so weit schießen hallo ah da ist mit Sicherheit ein Goldpult drin ich weiß jetzt nicht genau wie man den machen wir es ja also da müssen wir sicherlich noch irgendwas deaktivieren damit das da weg geht jetzt muss ich mal kurz überlegen ah ja 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 das ging ja nochmal hier hinten rum alles klar ich glaube ich weiß und da drüben lasst mich in Ruhe ja ich glaube das ist eindeutig der Weg zu da kam man aber jetzt nicht so hoch ich glaube hier oben irgendwie na wir werden sehen ich glaube da hinten ging es dann rum ich Okay. Da rüber. Ey, du sollst keine Rolle machen. Hoch hier. Aber Moment mal. Ah, hier. Hab ich doch noch richtig in Erinnerung. Hier war das. Da oben ist der Goldbolt. Yeah. Hätten wir ja schon mal einen gefunden. Und einen gab es ja noch. Ich wollte mal bei Gegenstände 37 haben wir. Also 38 waren das eigentlich. Ne, 2 gibt es hier noch. Da drüben war aber jetzt nichts. Ne, das war glaube ich die einzigste Stelle hier. Und hier haben wir noch mal ein Schloss. Äh, was wir leider nicht mal ausgerüstet haben. Okay. Äh, äh, äh. So. Ui. Okay. Also. So. So. Dann. So. Und. das würde den sinn von denen hier oben aber nicht ergeben war hier nicht ein einzelner die waren gar nicht alle waren nicht einzeln so dass man das so die einzelnen auf jeden fall ist der falsch wollte er ja genau das ding da blockiert der hatte nur zwei jetzt haben wir es ja der war schon schwerer fand ich als der andere so mega peitsche und schauen wir mal sind wir hier gelandet ja handy ich weiß mache ich gleich ich wollte mich nur noch mal kurz umschauen hier das hier noch mal war warum ist hier eine plattform moment mal gab es da oben was das wasser auch da sind wieder feinde ok 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 hallo hört ihr mal auf ist das der einzige durchgang ich glaube schon geht es also da drüben weiter ich mache hier aber erstmal schnitt und sage wo die schießen von hinten schon und sage vielen dank fürs zuschauen und tschüss bis zum nächsten mal wenn es wieder heißt rettchen und klang normalerweise wollte ich das andersrum sagen und würde mich über kommentare natürlich sehr freuen also schreibt was das zeug hält kritik vertrage ich auch sehr gut mir ist nicht so schlimm und ja ciao